Hello everyone, welcome to German Guru YouTube channel. Our channel provides you the proper guidance for exam and day-to-day communication for beginners. Let's begin with question and answer. Kannst du Gitarre spielen? Ja. Ich kann Gitarre spielen. Nein. Ich kann nicht Gitarre spielen. Kannst du Auto fahren? Ja. Ich kann Auto fahren. Nein. Ich kann nicht Auto fahren. Kannst du gut Fußball spielen? Ja. Ich kann sehr gut Fußball spielen. Nein. Ich kann nicht gut Fußball spielen. Kannst du gut kochen? Ja. Ich kann sehr gut kochen. Nein. Ich kann nicht gut kochen. Kannst du gut schwimmen? Ja. Ich kann gut schwimmen. Nein. Ich kann nicht so gut schwimmen. Hast du Kinder? Ja. Ich habe Kinder. Nein. Ich habe keine Kinder. Ich brauch쉬feінig. Ja. Ich habegendeine Kinder. Rauchst du? Ja. Ich rauche manchmal. Nein. Ich rauche nicht. Siehst du gern Filme? Ja, ich sehe gern Filme. Nein, ich sehe nicht gern Filme. Hilfst du mir? Ja, ich helfe dir. Nein, ich helfe dir nicht. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Nein, ich habe keine Freundin. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Danke. Thanks. Follow for more update at German Guru. We are also available in different social media platform. So do subscribe our channel and hit the notification bell icon for upcoming update. Bye. 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 Bye.